Obwohl Näheres dazu nicht veröffentlicht wurde, sprechen Geheimdienstkreise davon, dass China heimlich Atomwaffen herstellt und somit internationale Verträge verletzt. China hat gegen die Vorwürfe protestiert und erneut zum Ausdruck gebracht, dass diplomatische Gespräche mit China gestalten sich weiter schwierig. US-Truppen in aller Welt bereiten sich derweil auf die Abwehr möglicher Angriffe vor. China hat erneut alle Verbindungen zu Combine Nicolaze dementiert. Oh mein Gott. Internetübertragung vor wenigen Minuten. Können nicht zulassen, dass mein Land zu einem Spielball des widerlichen amerikanischen Despotismus oder dem seiner Verbündeten wird. Die Welt gehört nicht euch alleine. Die Soldaten, die ihr ständig zu uns schickt, nehmen am amerikanischen Terror teil. Um 17.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit werden die Soldaten, die den ungerechtfertigten Hass ihres Mutterlandes sehen, live und für alle Welt sichtbar exekutiert. Fischer, wir nähern uns der Schwelle zum Krieg. Wenn Nicolaze diese Männer bei laufenden Kameras tötet, sind wir erledigt. Machen uns die Toten oder die Übertragung sorgen? Fürs Erste die Übertragung. Dann gewinnen wir Zeit, um das Töten zu beenden. Nicolaze sendet über eine Antenne auf dem Dach. Das ist dein erstes Missionsziel. Alles weitere auf dem Offset. Okay, da sind wir schon wieder. Und wir müssen wie immer auf unser Offset schauen. Und da heißt es, verschaffen Sie sich Zugang zur Dachantenne und zerstören Sie sie, sodass nichts mehr übertragen werden kann. Okay, das ist unser Auftrag. Und da vorne sehe ich schon wieder ein paar rumlantampeln. Da waren noch mehrere, da ist noch ein zweiter. Pass auf, wir könnten nicht rumsteigen. Pass auf, da haben wir irgendwo eine Lampen. Da haben wir die so nicht. Ich probiere es mal auszuknipsen. Mal schauen, ob sie haut. Da ist noch ein dritter. Moment, wir machen das so. Ja, glaube ich, war nicht so intelligent. Zumindest kommt der Doma. Hätte ja sehr können, dass er da ein bisschen zu uns umgeht. Dann hätte ich ihn umklatschen können. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, was wir da drin sind. Ach du Scheiße, jetzt kommt der Nächste. Oder? Ach, jetzt kommt der. Tja, jetzt bin ich überfragt, wie dort einigem. Da ist es zu hell. Zum Werfen haben wir jetzt einiges. Kommt der oder wie? Vielleicht war das nur dein Schatten. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Schalter benutzen. Für wo siehst du der Schalter? Ach so. Ich dachte, dadurch laufen die Becken ab. Das dachte ich auch. Vielleicht ist was kaputt. Betrifft uns ja eh nicht. Ja, jetzt ist die Saft gekommen. Ich bin im Moment noch überlegen. Jetzt wenn ich renne, erwischt ihr mich. Kann ich das nochmal machen? Nicht mehr gehen. So. Den nehmen wir mal mit. Und setzen mal den Schachmatt. Dann ist schon mal einer weniger. Hat der Taschen gehabt? Nicht. Dann hampelt noch der umeinander. Und der davon hat. Zum Werfer haben wir jetzt nix. Ein Knicklicht. Das ist vielleicht nicht die beste Idee. Wer steht da hinten? Moment einmal. Jetzt könnte ich vielleicht da gespringen. Da wird es aber heller. Das kann uns egal sein. Jetzt sind wir nämlich unten. Moment. Jetzt muss ich gerade wieder rauskommen. Huh? Stimmt doch gar nicht. Der ist doch gar nicht angegriffen worden. Der ist doch gerade umgefallen. Oberst, hier spricht Badri. Die Landminen sind verlegt. Stellen Sie sicher, dass niemand ohne polarisierten Thermalsensor den Hof beträgt. Ja, also da sind Landminen versetzt. Also klickt. Und das sehen wir mit dem Infrarot. Und da müssen wir jetzt durch. Hat was gehört? Wer hat was gehört? Dieser Sektor ist sauber. Setz die Patrouille vor. Na, das kann ja lustig werden. Wo ist denn der Typik drin? Ist der da ein, ne? Ja, identifizieren Sie sich. Ähm, ja. War vielleicht doch nichts. War nicht so gut. Oida. Und der ist weg. Ja, da ist relativ finster. Nie verkehrt. Und da hinten laufen auch welche rum. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir nicht irgendwo reinsteigen. Also da, wo es blinkt. Ist eine Miene gelegt. Und das Licht wissen wir auch noch im Auge behalten. Denn da ist hell. Da kann man oma marschieren. Achso. Da oma, das ist hell oder wie? Da ist man, nicht zu weh. Vielen Dank.